Mir rutschen hier immer die Träger hier nach unten und ich habe mir schon was überlegt. Und zwar, guck mal, wenn man es so machen würde, manchmal machen das doch die Frauen auch, dass sie einfach die... dass sie einfach die Träger von dem Ober... Ach, scheiße, das geht gar nicht. Dass sie einfach die Träger vom Oberteil einfach ein bisschen umbasteln. Das sehe ich ja jetzt erst. Jo, sieht das gut aus.